hallo einen recht schönen guten tag von typisch usbekisch in unserem heutigen video geht es um ein restaurant namens sultan suleiman in tashkent das ist eine neue eröffnung in tashkent und dieses restaurant gehört zu der kette des der restaurants altin steam bar und anderen dieses restaurant ist im türkischen stil ausgeführt man kann hier sowohl familienfeste feste als auch andere feste feiern unten im erdgeschoss ist die familienzone wo man geburtstage meistens feiern und oben ist eine art tanzfläche mit einer disco bar wo auch diskus durchgeführt werden und einfach große firmen feiern die spezialitäten ist beschbar mag kazakhisches gericht beschbar mag und auch andere türkischen gerichte sind sehr lecker auch noch eine besondere spezialität das ist fleisch und gemüse alles gebacken in einer art teigtopf sie sehen es gerade auf ihrem bildschirm dieses gericht ist für sechs erwachsene das ist die lahnkeule mit verschiedenem gemüse gebacken in einem man kann auch durch das glas sehen wie man in der küche arbeitet es gibt auch einen kinderspiel platz eine kinderecke im erdgeschoss und das ist hier die erste etage die haben auch eine offene terrasse mit einem balkon das restaurant befindet sich in der straße oldin tepa ehemalige zelkovskaya straße das war das restaurant sultan suleiman in tashkent vielen dank für ihre aufmerksamkeit abonnieren sie unseren kanal und erfahren sie mehr über usbekistan